Bei der Reise von Präsident Erdogan vergangenes Jahr in die USA hat es eine Schlägerei vor der türkischen Botschaft in Washington gegeben. Jetzt wurden deswegen die zwei türkischen Staatsbürger Sinan Narin und Eyüp Yildirim zu zwölf Monaten Haft verurteilt. Zuvor hatten die beiden Männer Außenminister Mevlut Tosh Olu besucht. Wegen der Schlägerei wurden gegen 15 Personenschützer des türkischen Präsidenten Ermittlungen eingeleitet. Gegen elf von ihnen wurde die Anklage fallen gelassen.